Na, li hallo und wieder willkommen zurück hier bei Mass Effect 3, wieder mit mir dem Punkt und wir haben wieder ein paar neue Aktivposten und wir sind trotz dessen, dass wir bei 52% sind, schon so weit vorne, wow, krass. Zitter der Verteidigungsstreitmacht haben wir noch zugekriegt das letzte Mal, ach ja, dieses Mal wird es wieder eine Dating-Sim-Folge, weil ich glaube, wir haben noch viel zu erzählen, wir haben jetzt wieder Kaidan auf dem Schiff und so, Azari-Flotte, Azari-Flotte, Schlachtschiff Daphnear-Fansion, der Tegel, Interferometrisches Gitter, Interferometrisches Gewitter, Gewitter, Exogeni-Wissenschaftler, Salamianer, Nur, oh Gott, die Salamianer hätten ja, Salamianer hätten wenigstens ein bisschen mehr bieten können. Wir haben hier noch eine Flotte der Torianer und wir kriegen schon gute Dingens, ne? Sie werden wahrscheinlich knapp über 5000 Punkte jetzt kommen, wenn wir jetzt nochmal die Hälfte, na gar nicht, das wäre ja 100% mehr, 50% mehr von den 2700, die wir momentan haben. Komm, wir kommen knapp auf 4000 Punkte, hm. Commander, ich habe da eine Spur, die interessant sein könnte. Hätten Sie mal eine Minute Zeit? Aber natürlich hätten wir mal eine Minute Zeit. Commander, ich habe da was, das Sie sehen müssen. Was denn? Einige Cerberus-Wissenschaftler sind geflohen. Vielleicht haben sie erkannt, dass sie auf der falschen Seite standen. Oh, das ist eine Falle. Nichts, was Sie erforscht haben, aber Sie gehörten zu den Besten des Unbekannten. Sie könnten beim Bau des Tiegels helfen. Oh, da ist er gut hier. Hm. Das ist eine gute Idee. Vielleicht können wir Sie rekrutieren. Viele Cerberus-Leute glauben, sie tun das Richtige. Bei mir war es so. Und Sie hatten Recht. Welche Verbrechen Cerberus jetzt auch begeht. Ich war beim Angriff der Kollektoren auf Horizon. Wirklich? Ich sagte doch, ich bin in den Terminus-Systemen aufgewachsen. Ich habe meine Familie besucht. Während die Allianz Studien erstellte, haben Sie meine Familie gerettet. Hat die Allianz Kontakt mit den Wissenschaftlern aufgenommen? Sie konnte sie nicht finden, sucht aber weiter. Genau wie Cerberus. Ich habe ihre Kommunikation nachverfolgt. Sehr gut. Ich habe die Signalfrequenzen mehrerer Cerberus-Zellen geortet und Querverweise mit Schiffsbewegungen erstellt. Und Sie gefunden? Ja, ich glaube schon. Gute Arbeit. Auf die Karte, damit ich sehe es mir an. Schon erledigt, Commander. Danke. Ich habe zu danken. Commander? Äh, Trainer... Ja, ich glaube Trainer hieß sie, ne? Specialistin. Trainer. Specialistin. Nini. Und... Verdammt, ich hätte jetzt wirklich gern was, worauf ich ballern kann. Nee, der Joker. Oh, oh, oh. Hallo, Scherber. Woran denken Sie, Edi? An die Zerstörung des Reapers auf Tuchanka. Eine technologisch überlegene Macht wird nur selten von der Unterlegenen vernichtet. Wir brauchen nur eine Knarre, die Dreschlunde verschießt. Das war ein Witz. Tut mir leid, Shepard. Ich war in Gedanken. Die Reaper sind gar nicht so großartig. Immerhin wurde der auf Tuchanka trotz aller Gegenwehr von einem Wurm erledigt. Ja. Darum habe ich über den Zeitraum nachgedacht, der mir bis zur Vielfunktion bleibt. Sie sorgen sich um den Tod? Sozusagen. Mein Prozessor ist mit Berechnungen zum Kampf gegen die Reaper ausgelastet. Ich berechne Szenarien mit dem Rest der Crew. Darf ich noch eine Frage stellen, die Jeff verstört hat? Es geht wieder los. Welchen Sinn hat synthetisches Leben? Denselben wie organisches Leben. Wer einen freien Willen hat, bestimmt sein Schicksal. Aber der Sinn von organischem Leben besteht doch letztlich darin, Kopien seiner Gene in künftigen Generationen anzulegen. Bei mir ist das alles nicht so klar. Ich persönlich habe nur zwei andere erfolgreiche synthetische Lebensformen zum Vergleich. Jeff und Reaper. Denken sie nicht wie ein Reaper. Organisches Wesen macht mehr aus. Fortpflanzung ist nicht alles. Wir finden Sinn in unserer Arbeit. In guten Taten. In der Liebe. Verstehe. Ich werde Biografien studieren, um herauszufinden, ob berühmte Menschen diesem Ansatz wirklich gefolgt sind. Nein, es ging eigentlich wirklich mal nur um Sex. Und Frauen. Anscheinend war das wirklich bei vielen Menschen so. Das ging ja flott. Bankencomputer sind toll. Shepard, ich stelle meine Prozessleistung auf die von Ihnen genannten Ziele um. Pflicht, Altruismus, Liebe. Moment mal, Sie machen sich jetzt einfach so gut? Geht das denn? Es dauert eine Weile. Falls ich noch Fragen habe, komme ich wieder auf Sie zu. Besten Dank. Gern geschehen. Ja, nice Upgrade. Alles okay bei Ihnen und Kaidan? Sein letztes Treffen mit diesem Körper war eher unangenehm. Ich habe ihm die Situation erklärt. Er kommt damit zurecht. Gut. Hoffen wir mal. Hallo, Shepard. Cerberus wollte also in die Politik, was? Es war richtig, diesen Arschlöchern den Hahn abzudrehen. Haben Sie nicht mal für diese Arschlöcher gearbeitet? Irgendwas mit Ledersitzen. Als ich bei Cerberus war, unterstützen Sie die Hilflosen. Heute sind Sie viel zu Mainstream. Und böse. Wichtig ist, dass Sie ihn in den Arsch getreten haben. Und Kaidan ist zurück. Er weiß sogar die erste Dienstregel der Normen, die noch nicht den Commander erschießen. Das ist eine sehr gute Regel. Seien Sie nicht zu streng mit Kaidan. Er hat viel durchgemacht. Ja, wie die Waffe gegen einen vorgesetzten Offizier zu erheben. Beinahe halt in Rat umzubringen. Das macht sich im ehrlichen Leistungsbericht gar nicht gut. Commander? Ach, ich liebe diese Sprüche von Joker. Auch wenn sie manchmal komplett ernst gemeint sind, ist das einfach genial. Das ist einfach Stimmen. Das ist einfach die hundertprozentige Wahrheit. Und da hat immer diesen schönen, sarkastischen Unterton. Dass sie gerne unten in der Krankenstation mit Ihnen sprechen würde. Shepard die Zeit zwischen Missionen verbringt. Rufen Sie mich an, wenn Sie mal Lust auf ein paar Drinks in Ihrer Kabine haben. Ich verspreche einen lustigen Abendtrainer. Wie war das? Es dreht sich immer nur um Sex. Diana Ellis. Alle Sender berichten rund um die Uhr über den Angriff auf die Cillade. Jeder stellt Fragen. Über Udinas Tod. Können wir eine Stunde oder so über die Vorkommnisse sprechen? Besser in Ihrer Kabine, nicht im Konferenzraum. Damit wir nicht gestört werden. Ich habe gehört, Sie hätten den Ratsherrn persönlich gekannt. Wenn Sie etwas Zeit für sich brauchen oder nicht darüber reden möchten, müssen Sie es nur sagen. Diana. Treffen wir in der Bar. Jack. Du Studenten? Achso, den Jack haben wir ja schon getroffen. Die Studenten treten in Ersche und gehen hart ran. Sie werden häufig ausgewechselt, damit Sie nicht schlapp machen. Also haben wir ziemlich oft langgegangen. Wenn Sie das nächste Mal vercited sind, kommen Sie ins Purgatory. Ich bin immer dort, wenn ich nicht gerade auf dem Schlachtfit irgendwas in die Luft springe. So. Automatisch den XVI, bla bla bla, Artikel über Cerberus. Elysium. Eine Verkehrungshuttle, das beim Versuch aus der von Reapern besetzten Kolonie Elysium zu entkommen... Das Elysium wurde von den Reapern auch angegriffen? Beinahe zerstört worden wäre, konnte dank eines einzelnen biotischen Arbeiters doch noch gerettet werden. Der Shuttle hatte Kinder an Bord, die beim Evakuierungs-Lotto der Kolonie höhere Zahlen gezogen hatten, also nicht in die erste Welle vom Shuttle durften, die den Planeten verließ. Ihr Shuttle wurde gerettet, als der Biotiker inzwischen identifiziert als Arish Agidashlu... ...Reaper-Truppen angriff, die erst am Starten hindern wollten. Agidashlu war schon wegen Drogenmissbrauch und diversen kriminellen Aktivitäten aufgefallen und hatte behauptet, als Kind ein Cerberus-Lager auf Pragia überlebt zu haben. Zeugen sagten aus, er habe mehrere Dutzend Reaper-Kreaturen getötet, bevor er schließlich überwältigt wurde. Das Shuttle gewann dadurch gerade so viel Zeit, dass es starten und außer Gefahren zu und entkommen konnte. War das der, den wir in dem... ...ähm... ...wo wir mit Jack waren? Die... die Forschungseinrichtung, die wir mit Jack in die Luft gejagt haben, aus Mass Effect 2? War das der... ...Akidash... ...Akidashlu? Naja. Werden wir vielleicht auch irgendwann herausfinden. Erdnett Bakar, Commander. Ich schreibe ihn aus der Arkaypiktal aus Tujanka. Ich wünschte, sie könnten sehen, was hier los ist. Kroganer vom gesamten Planeten strömen hierher. So viele, dass ich sie hier längst nicht mehr zählen kann. Na, Kroganer können auch hier nur bis zwei zählen. Du kannst laufen, ich zähle bis zehn. Eins, zwei, peng! Sie alle haben die Nachricht gehört. Wir sind endlich frei. Die Zeit der Leiden ist vorbei. Nie wieder werden Kroganerinnen Angst haben müssen zu gebären. Und nie wieder werden sie den Schmerz und die Sorgen fürchten, die bei auftreten können. Ich weiß zwar nicht, was das Schicksal letztlich mit meinem Volk vorhat, aber ich verspreche ihnen, dass sie ihre Entscheidung an uns zu glauben, nicht bereuen werden. Wir werden die Reaper nicht nur wegen des Ruhmes bekämpfen, sondern weil wir wissen, dass wir nach dem Sieg eine Zukunft haben. Ich werde den Rest meines Lebens damit verbringen, Tuchanka zu bereisen und jene Worte zu verkünden, die fast 2000 Jahre lang kein Kroganer mehr gehört hat. Es besteht Grund zur Hoffnung. Das verdanke ich Ihnen, Commander, und ich werde es niemals vergessen. Durlish Mowulf Adrian Victus Commander Shepard Sirrus hat zu ihm einen tyrannischen Kreuzerfaller hochrangiger Vertreter der Hierarchie überfallen. Das Schiff konnte entkommen, aber seine Position war streng geheim. Sirrus hätte nie ohne Insider-Informationen finden können. Und die einzigen anderen Personen, die die Position des Kreuzers kannten, war der Wohllosbotschafter Din Korlach. Ich habe hässliche Gerüchte gehört, dass auf ihn ein Kopfgeld ausgesetzt wurde. Mein Berater bestiehen auf, dass ich diese Anschuldigungen gegen Korlach nicht selbst vorbringe. Und ich muss zugeben, dass sie Recht haben. Die Ökonomie von Turianern und Wohllos sind eng miteinander verstrickt. Und jetzt ist es nicht die Zeit für den politischen Feuersturm, den das auslösen würde. Andererseits steht die Sicherheit unserer Flotte auf dem Spiel. Ich möchte Sie darum bitten, gegen Korlach in ihrer Funktion als Specter zu ermitteln und herauszufinden, ob er tatsächlich ein Cerberus Mowulf ist. Ich habe Informationen über seinen letzten, nicht bekannten Aufmerkswort an einen Inspektor-Büro für Citadel übermittelt. Dürfen wir jetzt wieder zurück auf das Citadel, oder haben wir das jetzt schon angenommen? Mann, Mann, Mann. James Vega. Oh, James, der ist auch auf unserem Wort. Warum... Oh Gott. Hey, Commander, ich habe mich gefragt, ob Sie in der nächsten Zeit mal Zeit haben. In der nächsten Zeit mal Zeit haben. Du kriegst echt... Platz Nummer 1 in Satzbau. James. So unglücklicher formulieren kann man es eigentlich nicht. Nicht durch Fiege, es nur ein bisschen plaudern. Kai Lengs Dossier. Steven Hackett. Shepard, hier sind wie versprochen die Informationen, die wir von Kai Leng haben. Weitergeleitete Nachricht. Allianz Aktenstelle. Thema Kai Lengs Dossier. An Steven Hackett. Lenkai. Datenverpflichtung bei Allianz Militär. 14. November. Blablabla. Alter bei Verpflichtung 16. Mit gefälschten Papieren. Einsätze. Terminus Systeme. Patrouille und Aufklärung. Exodus Cluster. Patrouille. Aufklärung. Verweise, weil er totenfeindlich in offiziellen Medaillen abgenommen hatte. Angesichts bisher tadelloser Führung, aber nur leichte Bestrafung. Angriff auf Aetion. Empfohlen für tapferkeitsmetallierende Allianz. Bildernis. Taktische Aufklärung. Aufnahme in das interplanetare Kampftraining. N7-Kennzeichnung durch das interplanetare Kampftraining. Unerehrenhafte Entlastung und Gefängnisstrafe nach Anklage wegen Mordes mit Vorsatz. Oha. Cerberus Aktivitäten. Die Informationen über Kellings Aktivitäten nach dem Beitritt bei Cerberus sind unvollständig. Da kommt Unbekannte als Arrangierte seine Flucht aus dem Gefängnis und verpflichtete ihn für 10 Jahre. Lang gilt inzwischen als zuverlässigster Agent des Unbekannten und arbeitet als Infiltrator und Attentäter für ihn. Seine kybernetischen Modifizierungen umfassen anscheinend auch Cerberus Implantate der Phantom-Klasse. Ah, das heißt, er wird auch schon so ein bisschen zum Re-Uber. Oder Husk. Oh, noch mehr. Landurlaub. Ich bordere die Nomadie für dringende erforderliche Reparaturen ins Trockendock auf die Citadel. Sie waren in letzter Zeit oft im Einsatz und brauchen ein bisschen Zuwendung. Oh, auf zu Shaira. Eine kleine Armee von Tex kümmert sich... Eine kleine Armee von Tex kümmert sich um die Details. Sobald sie dort sind, also muss ihre Crew von Bord. Sie haben alle Landurlaub. Das ist ein Befehl. Wir brauchen jeden in Bestform. Eine Sache noch. Admiral Anderson hat ein Apartment in den Bezirken. Gehen Sie hin, wenn Sie da sind. Es soll sehr schön sein. Admiral Hackett. Immer diese Textnachrichten. Und da sind so verdammt viele. Das ist... Boah. Pow. Oh, Gary steht hier vorne. Und gedenkt an die gefallenen Crewmitgliedern. Das werden wir uns auch im nächsten Part mal anhören. Das war es an mir, euren Punkt. Danke fürs Einschalten. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi.